neuer tag neuer booster folge 1378 hallo und herzlich willkommen so erst einmal wieder der app code hier für euch und wir starten mit sasa lukic aus serbien dann haben wir vikario tomori aus england eine hero karte armando broja aus albanien golden goal scorer memphis die pay aus den niederlanden eine graduated game zeno debast aus belgien dann haben wir finde ich furchtbar dass sie immer so ja kopfüber drin sind hier teilweise romelu lukaru lukaku ebenfalls aus belgien aus der schweiz nur oka vor und aus der türkei zum abschluss meri demiral ja bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns